Immobilien sind schon eine interessante Sache. Ein Dach über dem Kopf zu haben, gehört zu den Grundbestrebungen eines Menschen. Aber es geht noch viel weiter. Eine Art von Sicherheit und Absicherung, Selbstverwirklichung und einfach das Gefühl zu Hause zu sein. Das alles sind Immobilien. Und durch die Tatsache, dass die grundlegende Nachfrage nach Wohnungen und Häusern so beständig ist, auch seit Jahrhunderten schon ein beliebtes Investitionsobjekt. Das ganze Thema Immobilie als Anlage und allgemein Immobilienerwerb ist in letzter Zeit wieder deutlich präsenter geworden, da sich die Marktgegebenheiten schnell und sehr stark geändert haben. Die Zinsen sind von knapp 1% auf über 3% angestiegen. Auf wackelig finanzierte Objekte muss nun wirklich aufgepasst werden, wie und ob eine Refinanzierung nach Ablauf der Zinsbindung möglich ist. Und Neukäufer müssen mit viel höheren monatlichen Zinszahlungen kalkulieren, wenn sie eine Immobilie kaufen möchten. Die Frage steht also im Raum. Wird die Nachfrage nach Immobilienkäufen erstmal nachgeben und könnte das ein Absturz der Immobilienpreise nach sich ziehen. Auf der anderen Seite haben wir aktuell andere Extreme, die auf dem Markt vorherrschen. Ein Inflationsniveau von knapp 8% in Deutschland und sogar noch höher auf anderen Teilen der Welt ist ein Ausmaß, welches lange nicht gesehen wurde. Genauso könnte man nun also vermuten, dass viele Investoren, die Geldreserven überhaben, versuchen ihr Kapital inflationsschützend anzulegen und so auf das krisensichere Betongold-Immobilie zurückzugreifen. Es wird also spannend, wie es weitergeht. Aber eines ist klar, das Thema Immobilie ist aktuell im Fokus. In diesem Video möchte ich euch mal die verschiedenen Wege aufzeigen, über die man direkt oder indirekt in eine Immobilie investieren kann. Da gibt es tatsächlich gar nicht mal so wenige verschiedene Optionen. Wir schauen uns heute einmal 12 davon an. Jeweils mit einer kurzen Beschreibung, um was es geht und dann die Frage, was sind hiervon die Vorteile und was die Nachteile, auch im Hinblick auf andere Investitionsoptionen. Und zum Schluss sage ich euch noch, für welche Art ich mich selbst entschieden habe. An dieser Stelle natürlich wieder keine Anlageberatung und nur meine persönliche Meinung. Bevor wir loslegen, könnt ihr mir jetzt gerne noch ein Abo dalassen, um meinen Content kostenlos zu unterstützen. Die magische Glocke anmachen, damit ihr ein Pop-up bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade und das so nicht verpasst, lege ich euch ebenfalls ans Herz. Und jetzt genug geschnackt, los geht's mit dem Video. Die erste und wohl bekannteste Möglichkeit in Immobilien zu investieren, ist wohl die weit verbreitetste in Deutschland. Es geht um die Eigentumswohnung bzw. auch das Haus, das selbst bewohnt wird. Hierbei gibt es zwei Arten. Entweder ich kaufe mir bar auf die Kralle ein Haus, wobei dieser Weg für wahrscheinlich fast alle unrealistisch ist, oder ich leihe mir Geld von der Bank, nehme also einen Kredit auf und finanziere mir so meine Immobilie und tilge diesen Kredit jeden Monat ab. Die Frage, ob so ein selbstbewohntes Objekt überhaupt eine Investition ist oder eher als Konsum gezählt wird, ist ein ähnlich großes Streitthema wie die Frage, ob Einzelaktien oder ETFs besser sind. Es ist bei so vielen Sachen im Leben. Es gibt für beide Seiten Vor- und Nachteile und vanide Argumente. Schauen wir uns mal ganz neutral ein paar Vor- und Nachteile an. Vorteil ist, dass ich als Eigentümer natürlich maximale Freiheit habe, wie ich etwas gestalte, umbaue, modernisiere oder mache. Die Immobilie als Gegenstand an sich ist natürlich nach wie vor ein Asset, welches sich im Normalfall wie ein Sachwert verhält und langfristig im Preis steigen sollte. Auf viele Jahre gerechnet ist eine Immobilie also auch eine Art Inflationsschutz. Für diejenigen, die sich dazu entscheiden, in ihre eigene Immobilie zu ziehen, gibt es natürlich auch noch einen emotionalen Aspekt. Zu wissen, dass man nicht rausgekündigt werden kann und auch im Alter immer ein sicheres Blach über dem Kopf hat, ist für viele die Hauptmotivation, überhaupt es in Immobilie zu kaufen. So werden auch oft Menschen, die sonst nicht viel mit Sparen und Investieren am Hut haben, gezwungen, jeden Monat Geld zur Seite zu legen, da ja jeden Monat die Tilgung abgebucht wird. Es hat also einen netten Nebeneffekt, dass man erzogen wird, Geld zurückzuhalten. Nachteile bei dieser Art von Finanzierung ist, dass es wenig steuerliche Vorteile bietet. Ich kann einige haushaltsnahe Dienstleistungen und Modernisierungen absetzen, aber verhältnismäßig zu den anderen Investitionsarten, die wir uns gleich noch anschauen, sieht es hier eher mau aus. Wenn ich selbst in meiner Immobilie wohne, bin ich eventuell auch weniger flexibel für einen Job in der neuen Stadt anzunehmen. Das Objekt bindet also in gewisser Maßen auch an einen Ort. Sich um alles selbst zu kümmern, im Falle von zum Beispiel Schäden an der Heizung, bringt einen zusätzlichen Aufwand, wird sich. Und generell kommen auf den reinen Immobilienpreis, ja noch Notalgebühren etc. on top. Also viele Nebenkosten, welche steuerlich nicht absetzbar sind. Die zweite Art, in Immobilien zu investieren, kommt dieser ersten Art relativ ähnlich. Wir kaufen erneut eine Eigentumswohnung oder Haus, ziehen dort aber nun nicht selbst ein, sondern vermieten es an jemand anderes. Das ist wohl die zweitbekannteste Möglichkeit, in dieser Asset-Klasse direkt zu investieren. Auffällig ist, dass der Anteil an solchen Immobilienkapitalanlagen einen immer größeren Anteil an der Gesamtvermögensaufstellung von Investoren macht, je weiter wir von der Mittelschicht zur wohlhabenderen Schicht bis hin zu den Millionären gehen. Fakt ist also, reiche Menschen haben Immobilien, die sie weiterm vermieten. Der Prozess hierbei ist relativ leicht erklärt. Ich kaufe mir ein Objekt und lasse es eintragen. Für dieses Objekt suche ich nun einen geeigneten Mieter, den ich einziehen lassen möchte. Ich unterschreibe einen Mietvertrag und bekomme monatlich eine Mietzahlung aufs Konto. Spannend wird es jetzt, da hier das Wunder des Fremdkapitalhebels ins Spiel kommt. Durch Einsatz von Fremdkapital können wir nämlich die Eigenkapitalrendite erhöhen. Klingt erstmal schwierig. Ist es aber gar nicht mal. Keine Sorge, wir schauen uns das jetzt in einem sehr einfachen und abstrakten Beispiel an. Zurück zum Beispiel. Ich kaufe ein Objekt und lasse jemand anders darin wohnen. Und dafür erhalte ich jeden Monat Miete. Ein Kauf ohne Fremdkapital sieht so aus, dass ich alles aus Eigenkapital stemmen muss. Heißt, ich habe 200.000 Euro angespart. Geerbt, verdient oder egal wie, einfach auf meinem Konto rumliegen. Für diese 200.000 kaufe ich mir das besagte Objekt. Mit meinem Vermieter vereinbare ich eine monatliche Miete von 750 Euro, was 9.000 Euro im Jahr entspricht. Jedes Jahr bekomme ich also 9.000 Euro Miete aufs Konto. Investitionstechnisch sieht das Ganze dann so aus. Wie gesagt, sehr abstrakt und auf die wichtigsten Werte begrenzt, um den Effekt zu demonstrieren. 200.000 sind meine Anschaffungskosten, Mieternahmen sind 9.000 Euro. Damit kommen wir auf eine Rendite von 9.000 Euro, geteilt durch 200.000. Und auf Prozent gerechnet machen wir damit 4,5% Rendite pro Jahr. Wie sieht das Ganze nun mit Fremdkapitalhebel aus? Nach wie vor ist das Haus 200.000 Euro wert. Ich selbst habe aber nur 15.000 Euro aus meinem eigenen Kapital eingebracht. Den Großteil von 185.000 Euro leie ich mir von der Bank. Die Bank will dafür Zinsen haben und erwartet, dass ich jeden Monat ein Häppchen zurückbezahle. Das wäre dann die sogenannte Tilgung. Die Rechnung sieht also nun wie folgt aus. 200.000 Euro Anschaffungskosten und 9.000 Euro Miete bleiben erstmal gleich. Auf das Darlehen zahlen wir 1,4% Zinsen pro Jahr. Damit hätten wir 9.000 Euro Mieteinnahmen minus 2.590 Euro Zinskosten. Bleiben also 6.410 Euro am Ende über. Nun erzeugen diese 6.410 Euro Überschuss wir aber ja nur mit einem Kapitalentsatz von 15.000 Euro. Die Rendite ist also 6.410 geteilt durch 15.000. Im Prozent verzinsen wir unseren Einsatz also mit 43% pro Jahr. Durch die gestiegenen Zinsen wäre aktuell wohl aber eine Zinsbelastung von 3% realistischer. Damit kommen wir bereits auf eine Zinsbelastung von 6.000 Euro pro Jahr. Wir wirtschaften also nur noch 3.000 Euro im Jahr mit einem Einsatz von 15.000 Euro. Damit kommen wir auf eine Eigenkapitalrendite von 20%. Man sieht also, ein steigendes Zinsniveau macht die Investitionen in Immobilien deutlich uninteressanter. Anders sieht es natürlich aus, wenn dafür die Preise fallen würden. Abziehen von unseren Überschüssen ist neben den Zinskosten natürlich auch noch die Tilgung. Der Betrag, den wir monatlich an die Bank zurückzahlen müssen. Die Rechnung war aber wie gesagt nur dazu da, um den Fremdkapitalhebel auf die Eigenkapitalrendite zu zeigen. Die Tilgung hilft uns aber ebenfalls beim Vermögensaufbau. Warum, fragt ihr euch? Nun ja, zu Beginn gehören mir an der Immobilie ja nur meinen Anteil von 15.000 Euro an 200.000. 185.000 Euro gehören ja der Bank. Wenn ich nun jeden Monat die Mietzahlung des Mieters nutze, um neben Zinskosten auch die Tilgung zu bezahlen, steigt mein Anteil an der Immobilie Stück für Stück an, bis sie irgendwann ganz mir gehört. Und das ist auch der Charme, an dieser Art in Immobilien zu investieren. Während bei einer selbstbewohnten Immobilie ich als Bewohner alles bezahlen muss, um die Immobilie mein Eigen nennen zu können, ist es bei einem vermieteten Objekt primär der Mieter. Durch die hohen Steuervorteile und Abzugsmöglichkeiten bezahlt das Finanzamt in Theorie auch ein Teil mit. Ich selbst muss nur einen kleinen Teil Eigenkapital mit einbringen, beziehungsweise bei einer 100% oder 110% Finanzierung sogar gar keinen. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand. Wir haben bei einer Immobilieninvestition zur Weitervermietung den Vorteil des Fremdkapitalhebels. Hierzu kommen wirklich enorme Steuervorteile. Gefühlt alles kann in diesem Konzept von der Steuer abgesetzt werden, wird bezuschusst oder geht in die Rücklage ein. Und irgendwann, wenn die Immobilie abbezahlt ist, im besten Fall vor Eintritt der Rente, beschert uns die Immobilie dann ein passives Einkommen, wenn wir nicht mehr aktiv tilgen müssen und alles aus Konto geht. Vorteil ist angeknüpft an den Fremdkapitalhebel natürlich auch, dass ich verhältnismäßig wenig Kapital benötige, um loszulegen. Wo es viele Vorteile gibt, muss es aber natürlich auch viele Nachteile geben. Schenken tut einem niemand etwas. Der Aufwand, einen Mieter zu haben, ist enorm hoch. Bei jedem Schaden muss ich einspringen und reparieren. Mieterwechsel, Mietnomaden, Renovation. Die Liste an Aufgaben ist lang. Wirklich passiv ist das Ganze nicht. Durch den Fremdkapitalhebel haben außerdem sich schon einige die Finger verbrannt. Jetzt, wo die Zinsen stark ansteigen, sind neue Kreditraten wirklich enorm hoch. Was also, wenn ich nur auf 10 bis 15 Jahre finanziert habe und jetzt refinanzieren muss? Dann kann es sein, dass ich mal gut und gerne statt 500 Euro im Monat auf einmal 1500 Euro bezahlen muss. Was aber, wenn die Miete an sich nur 600 Euro beträgt? Mehr potenzielle Rendite für mehr potenzielles Risiko. Das muss einem klar sein. Aber egal, ob ich selbst in meinem Objekt wohne oder als an jemand anderes weitervermiete, für viele in Deutschland stellt die Immobilie einen großen Teil ihres Gesamtvermögens dar. Und trotzdem kennt fast niemand den akkuraten Marktwert des eigenen Objekts. Genauso haben Kapitalanleger, welche mehrere Wohnungen im Portfolio haben, nach den anfänglichen Schätzungen und dem Kaufprozedere oft keinen Überblick mehr danach, wie genau die Wertentwicklung ist, beziehungsweise müssten extra Makler dafür beauftragen. Dies kostet wieder Zeit und Geld. Man muss natürlich sagen, dass wir im Immobilienbereich nicht so einfach die Möglichkeit haben, wie zum Beispiel bei Aktien tagesgenau den Kurs nachzuschauen. Aber dennoch ist es wichtig, eine grobe Richtung zu wissen, wie mein Vermögen aktuell aussieht. Auch um für die Zukunft planen zu können. Um die Frage, wie viel ist meine Wohnung eigentlich wert, nicht mit, ähm, also mein Nachbar hat vor drei Jahren mal 600.000 Euro für eine Wohnung geboten bekommen, also schätze ich ungefähr dasselbe. Wobei, nee, dem seien ist er etwas kleiner. Nicht so beantworten zu müssen, kommt Scopity ins Spiel. Scopity ist eine Immobilienplattform, auf der ich mehr oder weniger bis auf eine Straßenebene runter Werte für Immobilien erhalte, basierend auf einer riesigen Datenbank an verschiedenen Datenströmen. Das ist erstmal als Käufer sehr interessant. Als Eigentümer kann ich meine Immobilien wie in einem Aktiendepot anlegen und weitere Daten einpflegen, wie Anzahl der Quadratmeter, Baujahr, Zustand und Lage und noch viele weitere. Je genauer die Daten, desto genauer ist die Marktschätzung. Regelmäßig bekomme ich dann ein Update zum Marktwert meiner Immobilie und kann sogar direkt auf mein Objekt bieten lassen und weiß so immer Bescheid, wie viel meine Wohnung oder Haus eigentlich wert ist. Das Ganze ist komplett kostenlos. Schaut euch das gerne mal an mit dem Link unter dem Video, wenn ihr euer Objekt mal einschätzen wollt. So viel aber erstmal zu Investitionen in physische Wohnungen oder Häuser. Kommen wir zu einer Ebene kleiner, zu den Garagen als Kapitalanlage. Zur Garage zähle ich neben den freistehenden Garagen auch Tiefgaragen, Stellplätze oder freistehende Parkplätze dazu. Ein klarer Vorteil ist hier, dass das Ganze absolut gesehen nicht so teuer ist im Vergleich zu einer Wohnung oder Haus. Durch den geringeren Kapitaleinsatz und die Tatsache, dass so eine Garage pflegeleichter ist als eine Wohnung, ist das ganze Thema Risiko hier also schon mal geringer. Der Nachteil bei Garagen ist aber, dass eine Garage nicht standalone, also wenn es nicht in Kombi mit einer Wohnung ist, nur sehr sehr selten von einer Bank finanziert wird. Der Fall, dass mir die Bank 20.000 Euro leiht, um eine einzelne Garage zu kaufen, ist eher selten. Von dem her haben wir hier eher kein Fremdkapitalhebel. Wir müssen also aus Eigenkapital kaufen. Wenn wir nun Einnahmen haben, haben wir wenig steuerliche Vorteile, versteuern die Einnahmen voll und können nur wenig absetzen. Da eine Garage, auch wenn ich sie einzeln kaufe, doch meistens zu einer Wohnanlage gehört, habe ich immer ein Hausgeld dabei. Das kann gut und gerne mal um die 30 Euro betragen pro Monat. Bei einer Garage, die im Monat 100 Euro einbringt, haben wir also extrem hohe Fixkosten. Garagen lohnen sich meiner Meinung nach nur, wenn ich sie wirklich im großen Stil kaufe. Zum Beispiel einen gesamten Parkplatz mit 20 Einheiten. Hier bekomme ich dann auch eher eine Finanzierung. Und wenn ich auch noch 15 Euro Überschuss pro Garage mache, kommt über die Summe der Objekte wenigstens ein netter Cashflow rein, der den Aufwand rechtfertigt. Gehen wir von den physischen Objekten weg und kommen wir zu Investmentmöglichkeiten, die eher in eine andere Richtung gehen. Die wohl offensichtlichste ist, ich könnte auch einfach Aktien vom börsennotierten Immobilienkonzern kaufen. Bekannte Titel in Deutschland sind hier zum Beispiel Vonovia, TLG Immobilien, Patrizia Immobilien, die Deutsche Wohnen oder LEG. Die Liste ist lang. Es gibt massige Unternehmen in diesem Bereich, die in der Börse erwerbbar sind. Je nach Titel sind diese Aktien in Vergangenheit ordentlich gelaufen. Meine kleinere TLG Immobilienposition ist sehr gut im Plus und hängt zu manch anderer Branche deutlich ab. Zudem sind solche Unternehmen oft sehr dividendenstark. Eine TLG kommt aktuell auf 5,35% Dividendenrendite, Patrizia auf 2,5% und LEG auf 5,6%. Eine Vonovia sogar auf über 6%. Mit Aktien von Immobilienkonzernen kommen wir also auf folgende Vor- und Nachteile. Vorteile sind ganz klar, dass die Aktien einen großen Teil ihrer Rendite in Form von Dividenden an die Anteilseigner ausschütten. Je nach Aktie sind solche Aktien zumindest historisch auch sehr gut gelaufen. Eine Aktie generell ist sehr leicht zu erwerben und pflegeleicht. Einmal Knöpfchen am PC drücken und schon habe ich den Kauf abgeschlossen. Dafür bekomme ich dann nicht nur eine Wohnung, sondern ein Unternehmen, welches tausende Wohnungen besitzt. Aktien sind typischerweise neben den geringeren Kosten auch sehr liquide und ich komme schnell an mein Geld und kann verkaufen. Anders als bei einer physischen Immobilie. Nachteile ist ganz klar, die hohe Volatilität dieser Aktien. Wir haben denselben Impact, den auch physische Immobilien haben. Zum Beispiel Zinsniveau News. Diese wirken sich jedoch direkt auf den Aktienkurs aus. Wenn der Nasdaq um 3% fällt, fallen auch unsere Immobilienaktien wahrscheinlich mit, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Bei Einzelaktien habe ich auch immer das Risiko, eine schlechte Auswahl getroffen zu haben. Und ein Risiko besteht, auch hier mal einen Totalausfall einzufahren. Die Dividenden muss ich anders als eine Mieternahme versteuern. Und generell habe ich wenige steuerliche Möglichkeiten. Und natürlich auch hier keinen Fremdkapitalhebel. Ja, ich weiß, man kann auch Aktien auf Kredit kaufen. Das ist aber wirklich das Letzte, was ich empfehlen und machen würde. Bleiben wir im Bereich Immobilienaktien. Gehen aber in eine gewisse Subkategorie. Es geht um die sogenannten Real Estate Investment Trusts, auch REITs genannt. Diese kommen in Deutschland zwar vereinzelt vor, in Amerika aber wesentlich weiter verbreitet. Unterm Strich ist das auch nur eine Gesellschaft, die Immobilien kauft, verwaltet, besitzt und weiter vermietet. Die Besonderheit ist hierbei aber, dass wir rechtlich ein paar Einschränkungen haben, für alle Unternehmen, die sich REIT schimpfen möchten. Zum Beispiel muss ich als REIT mindestens 90% von meinem zu versteuernden Einkommen jedes Jahr in die Anteilseigner ausschütten. Das ist sowohl bei US-Reiz so, als auch in Deutschland. Bekannte Blue-Chip-REITs sind zum Beispiel die Omega Healthcare oder Realty Income. Omega kommt aktuell auf eine Dividendenrendite von über 8% und Realty über 4%. Generell sind diese Titel sehr dividendenstark und weisen eine lange Historie von steigenden Dividenden auf. Ein REIT ist also ein sehr fokussiertes Investment auf Ausschüttungen in Form von Dividenden von Immobiliengesellschaften. Dabei haben wir aber auch REITs in manchen Wachstumsmärkten. Der Begriff Immobilie ist hier dehnbar definiert. Der Betreiber von Funkmasten oder Rechenzentren ist genauso ein REIT wie der Vermieter von Cannabis-Gewächshäusern. Die restlichen Vorteile sind wieder ähnlich zu denen von den normalen Aktien. Um zumindest das Risiko zu minimieren, einen schlechten Titel zu picken, können wir auch in einen Exchange Traded Fund investieren. Diese Produkte bilden einen Index nach und sind sehr kostengünstig und gleichzeitig super breit aufgestellt. Diese gibt es wohl im Bereich der Immobilienaktien, als auch im Bereich der Real Estate Investment Trusts. Bei den Aktien gibt es zum Beispiel den Stocks Europe 600 Real Estate, welcher einen Index verfolgt, der den Zugang zum europäischen Immobiliensektor gibt, mit über 600 Titeln im Index. Im Bereich REIT gibt es dann zum Beispiel den HSBC North American REIT Developed ETF. Wir haben bei den ETF also mehr oder weniger dieselben Vor- und Nachteile wie bei den Einzelaktieninvestments. Lediglich die Diversifikation ist nochmal deutlich stärker und ich kann direkt in manche Subbranchen und exotischere Märkte investieren und minimiere dabei mein Komplettverlustrisiko. Kommen wir nun zu ein paar Investmentmöglichkeiten in den Bereich Immobilien, den vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hatte. Fangen wir an mit sogenannten Genossenschaftsanteilen. Genossenschaften sind ursprünglich nämlich gar nicht als Investment gedacht gewesen. Denn bei einer Genossenschaft schließen sich Personen mit ähnlichen Interessen zusammen, um für die Gruppe einen Vorteil zu erhalten. Primär soziale, kulturelle oder ökonomische Themen stehen hierbei im Vordergrund. Und oft sind Genossenschaften zulassungsbeschränkt, genau aus diesem Grund und mit Aufnahmekriterien verknüpft. Es gibt Genossenschaften in vielen Bereichen, unter anderem bei Genossenschaftsbanken, aber eben auch im Immobilienbereich, sogenannte Wohnungsgenossenschaften oder Wohnungsbaugenossenschaften, schließen sich zusammen, kaufen Immobilien und stellen diese den Mitgliedern dann zur Verfügung. Das Ganze hat aber keine Gewinnzielungsabsicht. Kein Investor soll hier also Gewinne abschöpfen. Die Höhe der Miete soll also nur die laufenden Kosten und Rücklagen decken. In Realität ist es so, dass viele Baugenossenschaften trotzdem einen Gewinn erwirtschaften und diese in Form für Dividenden an die Genossen und Genossinnen zurückgeben. Diese Dividenden sind nicht fix. Zwischen 0% und 10% habe ich auf dem Markt schon vieles Geld. Im Mittel wird es wohl irgendwo um die 4-5% liegen. Klarer Vorteil ist hier die Diversifizierung. Das ist eine komplett andere Anlageform als Aktien oder direkte Immobilien. Wir haben hier also keine Kursgewinne. Aber eine Dividende von ein paar Prozent als Beimischung würde ich durchaus als sehr renditestark empfinden. Wir sprechen hier ja auch von einem wesentlich geringeren Risiko als zum Beispiel bei einer kreditfinanzierten einzelnen Wohnung. Der für mich größte Vorteil ist aber, dass es eben bei einer Genossenschaft auch einen nicht monetären Vorteil gibt. Bei einer Baugenossenschaft habe ich oft die Chance als Genosse, eine eigene Wohnung zu beziehen oder mich zumindest auf eine Warteliste setzen zu lassen. Die Wohnungen hierbei liegen beim Mietpreis oft deutlich unter dem Marktniveau. Wenn ich für 1.000 Euro Investment 4% erhalte als Dividende, ist das nett. Wenn ich dann noch eine Wohnung für 700 Euro statt 1.000 Euro im Monat mieten kann, ist das eine extraorbitante Rendite, diese Einsparung. Aber so schön wie es klingt, ist es natürlich super schwer hier reinzukommen, da man nicht der Erste ist, der auf diese Idee kommt. Die Wartelisten hierbei sind oft jahrelang, falls die jeweilige Genossenschaft überhaupt noch Mitglieder aufnimmt. Das ganze System ist zudem sehr undigital und eher mit einem Behördengang zu vergleichen. Die Anteile kann man gefühlt nur alle ein bis zwei Jahre veräußern. Und auch die Dividendenzahlung ist etwas random, da man hier kein Depot oder ähnliches hat. Alles geht über Papier und Postweg. Oft muss man auch eine Mindestanlage tätigen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ist dann aber auch nach oben hin wieder gedeckelt im Investment, da man ja eben keine reinen Investoren anlocken will. Die nächste etwas andere Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, ist über Peer-to-Peer-Plattformen im Immobilienbereich zu gehen. Prinzipiell investieren wir hier nicht direkt in Immobilien, sondern in Peer-to-Peer-Kredite. Diese sind jedoch immer an die Finanzierung von einer Immobilie gebunden und somit haben wir zumindest eine reale Sicherheit hinterlegt. Anders als zum Beispiel bei einem Peer-to-Peer-Kredit für Privatkonsum oder Bildung. Ob funktioniert das Prinzip so? Normalerweise holt sich jemand einen Kredit bei einer Bank und kauft sich davon ein Haus. Die Bank streicht die Zinsen ein, trägt aber auch das Risiko beim Ausfall. Ich als ganz separater Privatkunde der Bank habe Geld auf meinem Tagesgeldkonto liegen und genau mit diesem wirtschaftet die Bank dann. Gebt mir dafür aber im Verhältnis viel weniger Zinsen, da ich ja keinerlei Risiko tragen muss. Bei einer Peer-to-Peer-Plattform löst die Plattform die Bank ab. Ich selbst werde zum direkten Kreditgeber an den Immobilienkäufer. Ich trage nun das Risiko des Ausfalls, bekomme aber auch viel höhere Zinsen dafür. Die Plattform an sich ist nur Abwickler und nimmt eine kleine Provision bzw. Gebühr dafür. Der Vorteil bei diesem Modell ist, dass die Immobilie an sich als Sicherheit für den Kredit gilt. Dazu eben doch wieder eine ganz andere Art der Immobilien zu investieren und damit wieder eine weitere Diversifizierung in diesem Bereich. Das Ganze ist ähnlich zur Aktie vom Computer zu Hause aus managbar und damit sehr passiv, wie ich finde. Rendite-technisch bewegen sich solche Plattformen historisch gesehen irgendwo zwischen 3 und 10% Rendite pro Jahr. Die Plattform an sich stellt aber natürlich ein Risiko an sich dar. Wenn eine Plattform pleite geht oder mich abziehen will, bin ich relativ machtlos. Das ist auch dadurch begründet, dass der Markt hierbei noch sehr neu ist und wenig reglementiert ist. Kommen wir wieder zurück zu den etwas klassischeren Assetklassen. Über Anleihen kann ich nämlich ebenfalls in Immobilien investieren. Bei einer Anleihe leiht sich ein Unternehmen oder ein Staat Geld von den Anlegern und verspricht dafür regelmäßige Zinszahlungen. In unserem Beispiel können wir also über Anleiheninvestitionen Immobilienfirmen Geld leihen, damit diese Immobilien kaufen können. Solche Anleihen gibt es eigentlich fast von jeder Aktiengesellschaft. Die Tag Immobilien AG zum Beispiel hat aktuell ein paar Anleihen auf dem Markt, die ein paar Prozent Rendite pro Jahr versprechen. Die Vorteile sind hierbei ähnlich zu denen von einer Aktie. Jedoch haben wir bei Anleihen normalerweise weniger Volatilität, dafür aber auch etwas weniger Rendite historisch betrachtet. Der Vorteil einer Anleihe ist auch, dass diese extern von Ratinghäusern gegradet werden. Ich bekomme also eine offizielle Einschätzung von einem Drittpartei, wie riskant das jeweilige Investment ist. Als Nachteil ist zu nennen, dass Anleihen oft eine Mindeststückelung haben, zum Beispiel von 1000 Euro. Das heißt, wenn ich nicht gerade vorhabe, 50.000 Euro in Anleihen zu stecken, muss ich aufpassen, dass ich breit genug aufgestellt bin, um nicht von ein oder zwei Firmen abhängig zu sein. Eine früher sehr beliebte Art in Immobilien zu investieren, die heutzutage eher unbeliebt geworden ist, ist die Investition in einen geschlossenen oder auch offenen Immobilienfonds. Offen bedeutet, dass der Fonds in viele verschiedene Objekte investiert und die Anleger jederzeit Anteile kaufen oder verkaufen können. Geschlossen bedeutet, dass von vornherein feststeht, so, das Objekt hier kaufen wir, wir brauchen so und so viel Kapital dafür. Wenn das nötige Kapital vorhanden ist, wird der Fonds geschlossen und dann kommt keiner mehr rein oder raus. Im Normalfall sind geschlossene Fonds mehr Risiko behaftet, haben auch eine höhere Rendite dafür. Ein sehr beliebter offener Fonds ist zum Beispiel der Uni Immo aus Deutschland, den zigtausende Anleger im Depot haben. Die Wertentwicklung sieht erstmal stabil aus. Was mir jedoch aufstößt, ist die Rendite an sich. Schaut euch mal den Zeitraum an. 2013 bis 2022 plus 30%. Im Verhältnis zu einer Eigentumswohnung, einem REIT, einer Aktie oder einem ETF oder auch egal was, ist das absolut unterirdisch. Und zudem sind das die klassischen Produkte, die einem aufgequatscht werden, da hier mit Provisionen ordentlich verdient werden kann. 5% Ausgabeaufschlag und hohe laufenden Kosten sind hier in der Tagesordnung. Ja, es gibt einige Vorteile, aber die Nachteile überwiegen hier meiner Meinung nach. Dann doch lieber ein passiv gemanagtes Produkt wie ein ETF, der nicht an Gebühren strotzt. Eine weitere Möglichkeit, wie man in Immobilien investieren kann, ist das sogenannte Fix & Flip. Da dies eher in die Spekulationsecke geht und weniger in das langfristige Investieren, hier nochmal kurz ein Abriss um was es hierbei geht. Ich kaufe mir ein Objekt, wie eine Wohnung oder ein Haus. Ob Cash oder finanziert, ist erstmal egal. Fakt ist aber, dass das Objekt heruntergewirtschaftet ist, baufällig, uralt oder einfach generell noch Potenzial nach oben hat. Ich renoviere das Objekt, bereite es auf, steigere den Wert durch gezielte Mehrinvestitionen on top zum reinen Kaufpreis. Und danach verkaufe ich das Objekt wieder und erziele im besten Fall einen deutlichen Aufschlag durch die Wertsteigerung. Der Ankauf zum Verkauf dauert im besten Fall nur wenige Monate. Eine weitere interessante Möglichkeit, durch das Thema Immobilie zu profitieren, sind Bausparverträge. Hier wirklich aufpassen. Die meisten Produkte sind eher nicht so toll. Besonders interessant sind aber noch die besonderen Konditionen für junge Leute. Hier gibt es öfters mal einen garantierten Bonus obendrauf. Und wer sowieso vorhat, eine Immobilie zu bauen, sollte sich das Ganze mal neutral anschauen. So, das waren sie also. Zwölf Arten, wie man Immobilien investieren kann. Wie ihr seht, ist das ganze Universum rund um das Thema wirklich breit gefächert. Und es gibt zig verschiedene Optionen und Möglichkeiten, hier loszulegen. Besonders durch die aktuelle Zinslage könnte diese Asset-Klasse neuer Schwung reinkommen. Ob die Preise nach so langer Zeit wieder fallen und ob sich dadurch gute Chancen ergeben, fragt ihr euch? Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Man sollte die Entwicklung aber im Auge behalten. Ich persönlich investiere in Genossenschaftsanteile, aber primär, weil ich eine günstige Wohnung haben wollte. Und außerdem auch in Real Estate Investment Trusts. Für mich selbst ist das aktuell der beste Weg in diesem Bereich. Zusammen mit euch baue ich mir hier auf YouTube ein Depot in diesem Bereich auf, welches ich hier nochmal verlinken werde. Nun würde mich aber mal interessieren, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein Eigenheim? Spart ihr auf ein Eigenheim? Oder sagt ihr, ich lebe lieber zur Miete und investiere mein Geld in Aktien, ETFs und andere Wege? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne wieder einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Finanzbär.